Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker und wir wollen wieder schießen gehen und zwar mit einer CZ Shadow 2 Orange Kaliber 9mm Luger. Und bevor wir gleich auf die Bahn gehen, ich hätte mir gefragt, lohnt es sich denn diese Waffe zu kaufen, das Mehrgeld auszugeben im Vergleich zur etwas günstigeren Variante, Ausführung der Shadow 2. Und ob sie was lohnt, das ist eine ganz individuelle Geschichte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich für mich sage und war tatsächlich überrascht und muss das sicher auch so sagen, für mich hat es sich gelohnt und es wird sich immer wieder lohnen. Wenn ich bereit bin und das Geld habe für diese Waffe, dann würde ich es mir immer wieder kaufen und nicht das Geld sparen, um eine günstige Shadow 2 zu kaufen. Man merkt es im Trefferbild sofort, man sieht es, es ist spürbar und auch andere Schützen und Schützinnen, die mit der Waffe geschossen haben, waren sich super begeistert, weil man es tatsächlich merkt oder wir es gemerkt haben. Das, wie gesagt, ist bei jedem unterschiedlich, das ist eine individuelle Wahrnehmung, ob es sich etwas lohnt. Ich sage definitiv, es lohnt sich, wenn man das Geld ausgeben kann und möchte, tatsächlich. Aber seht es selbst, bis gleich auf der Schießbahn. Ich sage das, bis gleich auf der Schießbahn. Ja, wenn ihr jetzt mal mit einer CZ, so einer Pistole, Kaliber 9mm oder einer ganz anderen Waffe schießen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und dann könnt ihr das einfach mal im Rahmen eines Schnupperschießens ausprobieren, bei der Schießstuhle Bäcker, wie es ist, tatsächlich zu schießen, ob es so ist wie im Film und Fernsehen. Seid ihr angehende Sportschützen, euch fehlt noch die Waffensachkunde für Sportschützen, dann begrüße ich euch, würde ich mich sehr freuen, euch bei einem Sachkundekurs bei uns begrüßen zu dürfen. Seid ihr schon Waffenbesitzer oder dürft Waffen erwerben, besitzt die entsprechende Erwerbsberechtigung, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Waffen zukünftig vielleicht bei uns, bei dem Waffenhandel Bäcker erwerbt. Worüber wir uns hören, wann auch immer, würde mich sehr freuen. Bis dahin, alles Gute, ciao.